hallo und herzlich willkommen leute heute mal wieder ein ganz anderes video was schon seit lange nicht mehr kam es kam ja seitdem mero draußen ist wirklich eigentlich nur noch wirklich eigentlich nur noch konstant mero also sonst eigentlich gar nichts mehr muss ich sagen und ja woran liegt das ich hatte ein hochlade problem das kann ich jetzt auch mal sagen vielleicht versteht es dann besser ich habe ein hochlade problem das heißt mein video ging bei fünf prozent immer die fünf prozent ging nicht so weiter sondern nur noch die minutenzahl das heißt es stand dort ja fünf prozent das ist das video eben schon oben und dann stand da hinten eine minute die fünf prozent haben sich kein stückchen fortbewegt aber es ging dann hoch von eine minute bis zu 8000 er stand aber immer noch fünf prozent das ging manchmal sogar drei tage ich habe echt mal versucht ein video drei tage hochzuladen es ging nicht habe ich mir den pc meiner mutter genommen heimlich muss ich dazu sagen und habe dort die videos immer in sehr schlechter grafik muss ich jetzt mal wirklich sagen hochgeladen in 480p glaube ich und ja so ging das erstmal ganz gut bis meine mutter dann rausgefunden hat dass ich den pc benutze weil ich eine nacht so laut war und nebenbei den pc hier hatte dann ist die menschen gekommen aber egal ja so langsam scheint es wohl wieder zu klappen dass ich auf meinem computer hochladen kann ich habe da auch schon ich glaube drei bis vier videos hochgeladen in der grafik die ihr gewohnt seid und ja dadurch werden jetzt wohl auch hoffentlich wieder andere videos kommen können wenn ich dann lust haben pvp irgendwelche minigames und vielleicht irgendwas anderes irgendwas nicht mal nur mero sondern auch mal irgendwas ja was nicht so eintönig ist immer nur mero 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 pvp mini games wie gesagt oder ja irgendwas anderes was soll's ja das wollte ich euch nur mal wieder sagen und ich will hoffen dass das auch alles gut geht ich hatte kurzzeitig einmal 58 abonnenten wofür ich aber nichts sagen konnte und jetzt habe ich wieder 54 oder 55 was ich ein bisschen schade finde aber okay ich hatte schlechte grafik ich habe mich auch selber deabonniert muss ich ganz ehrlich sagen und ja ich will hoffen dass ich jetzt wieder besser durchstarten kann und ja hallo hater wollte ich nochmal sagen seit der zeit habe ich nämlich ein hater bekommen oder zwei vielleicht sogar es gibt viele videos ja doch viele videos die ein dislike mittlerweile haben und mir hat auch jemand in meiner kanalbeschreibung auch geschrieben ja du komischer typ verpiss dich von youtube und da denke ich mir so ja cool der typ hat selber keine videos draußen aber versucht irgendwelche anderen leute zu dissen und soll ja nicht auf meinen kanal kommen ganz ehrlich aber ich meine wenn man keine hater hat hat man auch irgendwas falsch gemacht und bevor ich hier endlos weiter laber würde ich eigentlich mal sagen wie gesagt ich hoffe es kommen jetzt oder es können jetzt wieder mehr videos kommen besserer quali und auch mehr videos die nicht nur mero sind pvp minigames wie eben schon gehabt was ich euch noch fragen wollte ob ihr das ich mir jetzt relativ oft zeitraffer bei mero ob ihr das so beibehalten wollt ob ihr das mögt oder ob ich mehr eher normale folgen machen sollte würde wie auch immer vielleicht guckt sich das gerade sowieso nicht mehr an und es kommentiert wahrscheinlich auch niemand aber wenn du dir das bis hierhin anguckst und du einen youtube kanal hast dann bitte 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 kommentier das mal bitte auch wenn du mero gar nicht guckst kommentier es einfach und dann sag ich hier einfach mal adios und ciao das gameplay ist bobeisch auf dem das mc server und tschüss adios tschau